Eintracht Frankfurt, mein Verein. Ich fand es total cool, es war ja ein bisschen absehbar, wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen und das eine oder andere ist ja auch in den Medien aufgepoppt, aber dann ging auch irgendwie alles relativ schnell. Das erste Training mit den neuen Trainingsklamotten hier am Stadion, das war schon cool. Ich bin damit aufgewachsen, Eintracht Frankfurt war immer Teil der Gesellschaft, in der ich groß geworden bin, in dem Ort, in dem ich gespielt habe, immer der große Name in der Umgebung war dann Eintracht Frankfurt, von daher hat die Eintracht einen großen Stellenwert in meinem Leben schon immer gehabt. Ja, das war natürlich irgendwie eine Riesensache, es fängt ja schon an, wenn man in die Tiefgarage reinfährt, das ist ja für uns eine sehr ungewohnte Situation, das kennen wir so nicht, da fing es schon an. Natürlich die Kabinen und dann hier rauszukommen, sich warm zu machen, die ganze Atmosphäre irgendwie aufzuschnappen. Jedes Tor ist oben auf der Leinwand erschienen und das war schon echt, echt cool. Ich denke, von jedem Kind, das hier groß wird, ist immer im Hinterkopf irgendwie der Gedanke, die große Eintracht Frankfurt Familie, da will ich irgendwann mal Teil von sein. Umso schöner, dass das dann jetzt auch für mich geklappt hat. Die Stadt lebt den Fußball, jedes Auto, jeder Ampel hat diesen Kleber draufklebt. Ich glaube, ich muss den jetzt auch mal draufkleben, sonst bin ich irgendwie voll der Outsider. Also nicht nur in Frankfurt in der Stadt, sondern auch in der Umgebung, überall wird das gefeiert. Also wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und die Klamotten habe, werde ich angehubt. Also es ist wirklich, es ist wirklich einfach, es gehört zusammen. Die Frage stellt man sich gar nicht eigentlich. Also ich würde schon sagen, das erste Spiel hier im Deutsche Bahnpark, das war, das war unglaublich. Einfach alles, alles daran war unglaublich. Und das war so, das war so der Aufbruch. Damit fing alles so an irgendwie. Und ich glaube, das wird mir immer im Kopf bleiben. Und wir haben ja auch gewonnen. Das war kein, war kein schlechtes Spiel. Also ich denke auf jeden Fall Zusammenhalt. Tradition. Auch wenn wir es jetzt nicht erlebt haben, eigentlich die Fanliebe. Ich habe da direkt den Unterschied gemerkt und ich hoffe, dass wir das dann auch sehen, wenn die Corona-Zeit vorbei ist und wieder ein paar Fans ins Stadion dürfen. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Da freuen wir uns alle riesig drauf, kann ich sagen. Also ich denke, dass extrem besonders einfach ist, dass sie überall sind. Also dass man durch Frankfurt läuft und an jeder Ecke steht irgendwer, der sich mit Eintracht identifiziert. Dass sie aber so treu sind, auch wenn es jetzt kein Verein ist, der unbedingt jedes Jahr die Meisterschaft holt, sondern dass die Fans einfach immer da sind, egal wie es in dem Verein dann eben läuft gerade. So ein Vertrauen zu kriegen, ist irgendwie als Sportler auch was ganz Besonderes und überhaupt nicht so die Norm. Ne, man freut sich einfach, egal welches Spiel ansteht, weil man weiß, dass irgendwer hinter einem steht. DFB-Pokalfinale. Ja, das hätte ich auch schon gesagt. Ich weiß direkt. Also wir haben ja auch Anfang der Saison dann immer die Szenen vorgespielt bekommen. Und man hat immer nur diesen einen langen Ball gesehen und alle direkt Gänsehaut. Ja, genau. Gleich geht er rein. Man weiß schon, was passiert. Direkt mitgefiebert, ja. Ja. Auf die Fans. Auf die Fans. Endlich im Stadion wieder mit Zuschauern. Ja, auf jeden Fall. Mit Unterstützung. Das, boah, wir spielen jetzt schon fast anderthalb Jahre ohne Fans. Das ist echt, das Herz blutet einem. Ja, ja. Es ist schon sehr traurig. Jetzt war es geplant. Worum wir uns auf jeden Fall gekümmert haben, ist, dass wir nicht direkt nach dem Spiel zurückgefahren, sondern wir bleiben noch eine Nacht im Hotel. Das heißt, was auch immer passiert, es gibt die Möglichkeit, ordentlich abzufeiern. Corona-konform. Corona-konform. Aber wir fahren nicht direkt mit dem Bus zurück. Das wäre der Super-GAU gewesen. Da hätten wir ja gar keine Zeit gehabt. Bus. Aber ich bin mir sicher, wie ich unsere Mannschaft kenne, kriegen wir da ordentlich was organisiert. Auf jeden Fall. Ja. 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 Ja.